Das Weizen eigentlich gleich direkt an die Kühe verfüttern, damit die sich wieder vervielfältigen, damit das auch schön viele Küchen werden, ne? Dann komm ich mal vorne rein. Ja, der klingelte Telefon, wunderbar. Dann mache ich hier die Tür auf, dann begeben wir uns ein. Jetzt muss ich hier wieder fackeln. Für die Farben spenden, denke ich mal. So wie das hier wahrscheinlich wieder ist. Und so, damit die auch schön im hellen Licht laufen können, meine lieben Küchen. So, haben wir es da. Eine helle und eine dunkle Kuh. Oh Gott, ein Hell ist raus. So, das hier mal soll ein bisschen groß werden, schrecklich. Gut, hier vorne war unser Zauntor. Äh, die Nacht ist mittlerweile angebrochen. Gut, da wächst hier alles schön. Ist das fertig? Ah Mist, naja, egal. Jetzt habe ich halt ein bisschen was verschwendet. Gut, kommt vor. Legen wir uns ins Bett. Hat wir eigentlich überhaupt schon mal eine Nacht, wo wir hier nicht im Bett waren? Ich überlege gerade. Aber ich weiß es nicht, ist auch egal. Und, ähm, ich hoffe, an diesem neuen Morgen, ihr hattet bisher, ich glaube, anderthalb Wochen sind schon rum. Ne, zwei Wochen, zwei Wochen schöne Ferien. Und, äh, jo. Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt noch so macht. Aber, Oh, hab ich mich gerade erschreckt. Oh, oh mein Gott. Ich auch gar kein Schwert. Hammer. Na dann. Eioioioioi. Zombie fight. Damit können wir Hunde füttern. Das behalten wir alles mal. Das ist kein Problem. Das Brot. Das essen wir mal gerade. Das Zuckerrohr, das, aus der Kiste, stecken wir mal hier rein. Dann, ähm, machen wir jetzt einfach ein Schwert aus Cobblestone. Ich brauche mehr Eisen. Ach, was mache ich denn da? Brauche ich einfach mehr Eisen, weil, äh, die drei Eisenblöcke, die würde ich dann gerne erst benutzen, wenn, äh, wenn es gar nicht mehr anders geht. Wenn ich natürlich richtig farmen gehe, dann werde ich das natürlich in der Spitzhacke investieren. Was ich auch vorhabe. Ah, jetzt im Wasser ist es natürlich ein bisschen doof, gegen das Skelett zu kämpfen, weil das ist jetzt natürlich... Ja, das war klar. Aua. Das macht richtig, richtig, richtig hart, Damage. Ich will hier weg. Aua. Ich möchte nicht mit anderthalb Herzen gegen das Skelett kämpfen. Nein, das möchte ich nicht. Gut. Das hier ist alles noch nicht fertig. Das ist eigentlich relativ schade. Schade, schade, Schokolade. So. Holz kann man immer gebrauchen. So. Was will ich hier regenerieren? Ach so, Lederstiefel haben wir. Das ist doch schon mal was. Hä? Ist das abgesoffen oder was? Wir machen das. Verfilmstet. Untertitelung des ZDF, 2020